So, meine lieben Horrorfreunde da draußen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Medium. Wir sind durch den Spiegel gegangen und haben beim letzten Mal Trauer wiedergefunden, beziehungsweise gesehen, sie stand hier wohl hinter dem Spiegel und hat uns geholfen. Wir sind dem Schlund entkommen. Ich weiß nicht, ob der nochmal wiederkommt. Und ich gehe mal stark davon aus. Aber wir lassen uns mal überraschen, was da jetzt noch so passiert. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. In dieser komischen Ecke. Ich weiß nicht, wo wir hier genau sind. Ei, 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 ei. Das klingt ja nicht so gut. Warte mal. Ach, du heiliger. Was ist denn hier los? Warte, ich weiß, du. Du warst das Mädchen. Bernard, war es? Okay. Er war da, wie ich war. Ich wusste, dass es sein Name war, aber es war nicht genug, um ihn rauszuholen. Es war, als ob ein Teil davon erinnert. Aha. Okay, da f... Ah, guck mal. Da fehlt wohl noch was. Schicke Bernards Seele fort. Alter, ist das creepy. Oh, der Controller ist auch heftig am Vibrieren. So, einmal wieder aufschnibbeln. Oh, ich will gar nicht wissen, was dahinter ist. Ah, komm. Letztes Stück. Jawohl, zack. Oh, wir gehen aber noch nicht rein. Ich will erst mal hier hinten gucken. Hey, da liegt der Bolzenschneider jetzt. Oh, warte mal. Hier ist, kann man auch noch lang. All diese Menschen, sie wurden nicht nur getötet. Und ihre Geistert wurden aus dem Herz verbrot. Ei, 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 ei. Vielleicht kann ich den, der, der Bernhard ist, missing. Ich muss, um sich zu schauen. Ich muss, um sich zu schauen. Okay. Die Katzenfigurin war das Ziel. Ich kann es nicht ohne sie passen. Danke. Da haben wir seine Maske. Oh cool. Das war es schon. Ja. Sieht so aus. Okay, da kommen wir nicht lang. Warte, warte, warte. Gehen wir hier lang. Wieder zurück quasi. La, la, la. So. Maske eines Jungen. Ja. Danke. Was? Ah. Miet sie. Danke sehr. Oh Gott. Oh Gott. Sie sind immer in. Bleib mit mir. Bleib. Bleib. okay das bestätigt meine vermutung der schlund ist noch da ganz prima aber hier kann man gerade nichts machen oder müssen wir wohl hier durch ach du scheiße oh mein gott hau ab ja echt mal ein weltenwanderer ok jetzt bin ich von der anderen seite dran auch interessant oh warte mal halt stopp halt stopp halt stopp ich möchte das gerne lesen untersuchungszimmer ok ist hier hinten noch was versteckt ne ne ok cool so dann gehen wir mal rein und untersuchen mal und ich höre auf jeden fall schon wieder ein echo ein echo ein echo frage ist nur wo telefon zack da bumm situation Die Situation kann vielleicht eher komplizierter sein, als wir erwartet haben. Kein Zeit, um es zu erklären. Du bekommst den vollen Rapport, als ich zurückkehre. Lass es mir, Comrade. Sehr meticulös von dir, Comrade. Okay. Jo. Lockt. Ich habe nichts. Oh Gott. Aber jetzt? Oh, heftig, ey. Schlechtes Schwesterlein. Mhm. Irgendwie will ich gar nicht wissen, was hier passiert. Oh nein, es gibt mehr davon. Oh nein. Noch einer. Was hat es mit dir getan? Zerrissen. Genau wie Banner. Super. Hm. Prima. Ach, guck mal. Aber die werden wieder angezeigt, als Seelen. Das ist doch mal was. Einblick in Trophy. Yeah. Okay. Puff. Ah. Examination Room. Dankeschön. So, und jetzt hier durch. With the key. Yes. Klopf, klopf. Lauf jemand zu Hause. Okay. Wir gehen erstmal hier lang. Okay. Ah, hier. Mülleimer. Eine Postkarte. Liebling. Ich vermisse dich sehr. Ich hoffe wirklich, dass du bald bei mir bist. Du würdest es hier lieben. Das Wetter ist toll. Die Sonne scheint. Der See ist ganz wunderbar. Und die Menschen sind nett. Nett. Und tot. Alle von ihnen. In Liebe. F. Nett und tot. Ja. Geil. So eine Postkarte möchte man gerne bekommen. So. Wir gehen weiter. Wir folgen mal hier diesen Schnipseln. Ja. Guck mal hier. Hier haben wir schon den. Nächsten Spiegel. Aber nein. Nein, nein, nein. Ich gehe da noch nicht rein. Reimt sich sogar. Ah ja. Okay. Hat sich gerade erledigt. Gut. Flup. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich kann. gerade bin, ne? Das ist jetzt alles so ein bisschen, äh. Ja. Rein, raus, rauf, runter. Wenn ihr versteht. Okay. Guck mal. Da kann man da lang. Machen wir gleich. Ich check erstmal hier hinten die Gegend. Okay. Hier geht es nicht weiter. Aber das ist gut. Dann haben wir wahrscheinlich hier jetzt den richtigen Weg. Oh, schön langsam. Nicht runterfallen wie beim letzten Mal. Okay. 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 Wir gehen weiter. Was ist das hier? Wieder ein Spiegel. Oh. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das sind Sachen, die bringen meine Orientierung voll durcheinander. Genau. Okay. Das kommt mir sehr. Okay. Hau ab, Mann! Rennt der jetzt hier die ganze Zeit rum, oder? Let me try you hard, then. Or... Let me beat you up. It won't hurt. Nuh uh. Scheiße. Bitch. Okay, wenn ich mir den Mund zuhalte, dürfte er mich nicht hören. Und ich muss da tatsächlich vorbei. Okay, okay, wir müssen uns da vorbeischleichen. Wir müssen uns den Weg merken, den er läuft. Quasi so an ihm vorbei. Ah, Mist. Uiuiui. Ja, das sieht man auch schlecht. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das hinkriegen. Oder was wir machen müssen, zumindest. Das mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Warte, warte, warte. Ja, okay. So, ducken. Guck mal, da kann man durch, glaube ich, oder? Boah, war das knapp. Jetzt keinen Lärm machen. Marianne, bleib ruhig. Nichts umwerfen. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Oh Gott. Ich will hier ganz schnell weg. Gänsehaut. Ist er hinter mir? Ist er hinter mir? Okay. Welche Frau? Oh, Safe Point. Sehr gut. Eine Ballerina? Mhm. Diese Runde hat Guy geschrieben, in großen, schloppen Lettern. Okay. Schönes Karte. War Vivian einer von deiner Star? Wie sehen wir? Meine Runde. Ich will nicht mehr sein. Ich will nur auf Bett gehen. Ich muss alleine sein. Nicht so viel. Gucken wir uns nochmal hier die Pictures an. Mhm. Oh, nicht hingucken. Ich will gar nicht wissen, was der da gemacht hat. Okay. Ja, natürlich war das der Manager. Oh. Wo sind wir denn hier? Ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Okay. Da ist ein Spiegel. Den kommen wir uns gleich an. Ach, guck mal. Oh, oh. Okay. Immer noch kein Name. Also, sie braucht anscheinend die Namen von den Leuten. Okay. Wir sehen uns, wer du wirklich warst, Vivian. Vivian. So. Ja, Telefonbuch. Ich habe nichts. Okay, wir brauchen ein Radiergummi wahrscheinlich. Oder einen Stift, um das nachzuzeichnen. Ah, guck mal, da liegt was. Na. Nimmst du das wohl auf? Fragmente von Zahlen. Fragmente von Zahlen. Okay. Gucken weiter. Da. Alli und Tori. Ich glaube, einer dieser Namen gehört zu deinem wahrsten Selbst. Aber welcher ist es? Alli und Tori. Mhm. Verstehe. Warte, warte, warte. Hier geht's noch weiter. Kann ich die Seite schon reinlegen in das Buch? Mal hingucken, ob das schon geht. Jo. A bunch of Numbers, some would say. But I sensed there was a lot more to them. Okay. Tori Das ist das, was du dir selbst fühlst. Denn ich habe hier nicht alles erkundet vorhin. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Das ist doch schon mal was. Dann können wir jetzt wieder in die Richtung gehen und benutzen direkt den Spiegel. Ich werde nicht lieben. Aber es fühlte sich gut, zu den Kursen in eine gute Use. Menschen wie das mussten mich zu gehen. Jetzt? Ich bin nicht mehr sicher. Verstehe. Und jetzt hier wieder rein. Flupp. Oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Mal gucken. Geh nochmal zurück. Irgendwo müssen wir ja hinkommen. Telefon. Ja. Hier sind wir richtig. Tori. Okay. Danke, danke. Danke, danke. Okay. Krass. Okay. Eine nach. Eine nach. Eine nach. Eine nach. mal kurz voulez. Zurück nach. Eine nach. Das war so. Schöne bis Chocolate. Dann geht's Geld hin celaun. Oh, die Musik, die wird schon wieder leicht etwas übel. Ich habe da so eine gewisse Panik gerade. So innerliche Unruhe. Ach, guck mal. Ach, da ist schon die Maske. Okay. Gut. Gut, wenn das so ist. Dann holen wir uns die mal. Das ist es. Das ist, wo er sterb. Okay. Ich brauche noch seinen Namen. Wenn nur ich den anderen Seite dieses Platz sehen könnte. Okay. Da haben wir die zweite Maske. Und ich würde sagen, die bringen wir in der nächsten Folge zu ihrem zugehörigen Charakter. Ansonsten haben wir nämlich wieder zu viele Überlänge. Meine lieben Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Tag. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.